Ja, jetzt tu nicht so! Nein, ich nehm so schlagartig Luft, das kratzt im Hals, ey. Schnappe Atmung, jeder rappet. Ja, wenn ich so extrem lachen muss auf einmal. Ja, was lachst du hier auch? Hallo, das ist ein seriöses Let's Play, so. Ah, deine Mutti! Die ist auch seriös beim Let's Play. Das Niveau mal zu heben. Aus dem Weg! Das einzige, was du hebst, ist ja der Diddy. Ja, weil eine Frau hier die ganze Arbeit machen muss. Das ist ja auch richtig so, Emanzipation, Feminismus. Zur Frau auch mal was leisten. Ja, ich leiste hier schon alles, was du nicht kannst. Ich mach's nur nicht! Ja, das sehen wir doch alle. Ich mein, ich hab ja so einen, der es für mich tut. Die Faulen waren noch nie die Dumme. Nein, Quatsch. Ich dachte, fliegt weiter, du blöde Ding, ey. Scheiß Bebe! Und jetzt stirbt er sofort wieder. Ach ja, ich hab ja auch hier die Highspeed-Biene auf Droge wieder. Erstmal brutal wegpissen und dann sowas. Lass mich auch mal ein bisschen spielen, so. So, ta-ta-ta-ta-ta. Erstmal hier langen Stratzen, da ist sie... Blöde Geselle. Komm, lass mich mal. Hier. Eiskalt. Echt? Ja! Oh mein Gott. Der Rap ist wahnsinnig. Ich brauch Übung. Wie das Level. Ich brauch Training. Ah, du Schleißbiene! Das braucht der Rap. Ah! Machst du mich jetzt auch noch nach hier, oder was? Ja! Etwas muss ich da tun. Willst du das, K? Irgendetwas muss ich da jetzt tun. Zack weg! Irgendwas musste ich leisten, auch wenn's... Ich hab das K geholt. Ja, das bringt uns jetzt aber auch nicht weiter. Ich bin aber bei dir. Immerhin. Oh ja, was für ein Vorteil. Vertraust du mir nochmal? Nein! Lieber nicht. Nein! Selbst ist die Frau. Selbst ist die Frau. Gib's zu. Ja, mit deinem Cock-Copter ist das ja auch zehnmal einfacher. Warst du zur... Ich hatte Angst. Hab ich bemerkt. Nö. Was?! Elegant. Das hat mir weh getan. Ist mir doch egal. Ja. Jetzt komm. Zieh mal zu hier. Kann ich über die drüber? Nö. Lass mal kurz. Du musst das Rad machen, glaub ich. Und oben drüsten. Dürfte, weil die drüber können, oder? Äh... Ja. Uh... Was zur... Sieh... Jaaaa! Jaaaa! Was?! So einfach nicht. So ein Schmack. So einfach nicht. Ja, aufpasse jetzt. Dreh dich mal um! Nein! Dreh dich schon doch! Ich kann das auch blind! Ohohohoho! Am letzten Halm wieder. Scheiß auf das, oh. Was war'n das für'n Idee? Ohohoh! Ohohoh! Ohpasse! Ohohoh! Ey, das hat funktioniert. Warte, warte, warte! Achso, ich dachte, das Ding geht rücker. Ich glaub' das ging ja auch weg. Die Spinne? Schmeiß mich hoch! Weg mit dir, Biatsche! Ja, guck mal, wie smart ich bin. Ja, so smart wie ein Smartphone. Was müssen wir tun? Ach so, mach kaputt. Du kannst doch schräg schießen. Was, auch mit den Dingern hier? Mach kaputt, jetzt, du. Genau. Was ist so schwer, ist das so? Scheiß Ego-Shooter. Ja, ja, ja. Nein, Quatsch. Donkey-Shooter hier. Vitamine. Nein, nein, nein. Das war ein Spack-Ding. Was ist denn das? Ach, jetzt kommt eine Krokus. Okay. Also, Move Your Ass heißt das auf Deutsch. Ungefähr. Und? Ja. Ja. Ich spare mal ein bisschen Zeit. Ja, ganz, ganz zielstrebig dran vorbeigeflogen. Aber wir haben schon mal alle Bonus-Level gemacht. Ist das nicht toll? Das ist nicht toll, ja. Das ist gar nicht toll. Sehr schön. Der rappelt. Ei, ei, ei. Der springt auf voller Eifer einfach hier in den Tod. Ah, so. Hat das funktioniert? Es tut mir so leid. Aufpassen. Ja, 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 ja. Spring nochmal gegen. Ja, 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 ja. Aber richtig. Ja, ja, ja. Jetzt. So. Ja? Das kommt doch alles. Noch mehr. Lass mich ran da, denn ich will, ja. Das ist Miranda, denn sie will, ja, genau. Ha. Entschuldigung. Nix passiert. Ist alles in Ordnung, oder? Na, ich meinte deinen Skillwurf, ja. Ist alles toll. Ja, den hab ich auch gesehen. Boah. Oh. Ey, das rappelt. Genau. Benutz mich, ja. Klar. So. Ja, schnell. Ja, ja, ganz schnell. Ich bin schneller hier mit der Libelle. Das war gut. Was? Da hättest du von unten einen Bogen springen müssen eigentlich. Ach, hätt ich das? Ja, das hättest du gemacht. Nur irgendwie war noch der besoffene Schwengerutscher im Weg. Ja, der ist ein bisschen blöd. Ist das Level so lang? Möchtest du nochmal? Ich will Pause. Echt? Ja, mach du das mal nach, bitte. Okay. Nicht mit fliegen? Wie du möchtest. Aha, jetzt kommt er hier so provozieren. Mach das, wie du das am besten kannst. Mit verwundenen Augen. Ach du Scheiße, war das geiles Level bis jetzt, ey. Ja, das war toll. Richtig intensiv. Aus dem Weg. So. So. Gas hier. Hopp, hopp. Boppeli. Über die Biene. Die Bälle. Oh. Uh. Uh. Perfektum. Oh nein, Präzision. Scheiße. Haha, Sack. Ja, wie kriegen wir den denn kaputt? Ja, nicht. Einfach oben an den Schwengel springen. Nein, wir müssen ja... Nein. Spring an den scheiß Schwengel. Ja. Ach so, hier brauchen wir das. Ich bin's eh noch nicht da. Ja, schwebt er über die halbe Map. Hier war das. Kannst du aber kokoptern, oder? Oder so. Dann musst du so machen. Ja, ja. Würde ich ja, wenn ich Dixi wär. Ach ja. Wie geil ist der rumrutsch. Du brauchst nur weiter, brauchst nur weiter. Ja, ja. Ich weiß. Ich versuch's ja. Aber ich kann halt nicht so Schwengelkoptern wie du. Ja. Ei, ei, ei. Nein! Mein Herz. Nicht nur dein Herz, ey. Scheiße. Hast du's auch geschafft? Na ja, klar. Ja, ist dein Herz. Du hast auch zugemacht, gell? So. Was machen wir jetzt? Total elegant gesprungen und beide kriegen einen Herzinfarkt. Speichern! Speichern! Du bist dran. Scheiße, da kocht das Blut. Ja, da kocht das Blut. Ich freu mich schon. Was? Du musst auch speichern. Ich bin zu übereifrig hier. Ich weiß, du besuchst die Großmutter nicht gern. Aber du musst auch mal kurz mit ihr sprechen. Die Schulaufgaben sind so schwer, die da an der Tafel stehen. Die kann ich nicht. Alter Blut. Ist vielleicht besser oder so. Ja. Ich freu mich schon auf das Kreml-Land, ey. Alter. Das wird so geil. Das Spiel ist so geil. Klappermisere. Ei. Also auf Deutsch, Klapper-Rappet. Was kommt jetzt? Wie du jedes Level mit mir assoziierst. Ja, ist. Oh nein. Ah, da gibt es doch die Verwandlungsfester. Oh, das gefällt mir aber nicht. Scheiße, ey. Hey. Steh nach oben links. Was denn da? Mach mal. Mit dem A. Mit dem A. Mit dem A. Mit dem A. Aus dem Weg. Ach, schade war doch nicht hier. Oh, er wieder hier. Huch. Ja, man kann sich nicht alles merken. Ja, der raffelt hier. Da ist er leicht überfordert. Ach, wie die Musik hier abgeht. So, als wärst du auf Droge. Oh, oh. Hä? Was versuchst du? Einfach hier hoch. Okay. Äh, die Musik hier ist ganz schön interessant. Aber ich weiß nicht, wo hier irgendwie... Ich auch nicht. Ich bin mir sicher, ob wir probieren wollen. Dafür haben wir ja unsere Community. Wir gucken am besten ganz zum Schluss nahe. Wo diese Dinger sind. Die Shows ja Offscreen machen, wenn wir so weit durch sind, ne? Ja. Oh mich, oh mich. Du bist immer noch am Steuern. Achso, warum? Weiß ich nicht. Das Spiel ist gemein. Das ist voll rassistisch. Sexistisch. Sistisch. Einfach istisch. Ja, mach dich nochmal kaputt und lass mich da nicht spielen. Da sollst du mit A hochspringen. Echt? Ja. Nicht da runter? Keine Ahnung. Doch. Ah! Hallo? Oh, ist da was? Da ist was. Ja! Ich finde die Munze. Yeah, das machen wir doch. Oh Gott. Wir, ja. Was ist das denn hier für ein kloakiger Hintergrund? Tja, das ist halt Sumpf, Gas, Explosions, Darmveränderung. Also kann ich mit A arbeiten. 26? Die Antwort auf alle Fragen des Lebens. Ja, genau. Drei Leben auch. Oh, oh. Oh. Nee. Nee, nee. Oh haben wir nicht, nee. Ja, komisch, dass du jetzt gar nicht dran kommst. Drück mal Select irgendwann. Nein. Nur aus Neugier. Was ist da unten? Egal. Eine Biene. Warte. Mach dich. Geht nix. Okay. Ja! Yay, Halbzeit. Schnittenbausel. Schnitze. Oh, der bewacht eine Bananenmünze. Oh, das war in der Bananenmünze. Obwohl ich sogar... Ja, der hüpft ja so kacke. War ja nicht... Ah ja. Yay. Es ist nichts passiert, meine Freunde. Was kommt jetzt? Äh, nix. Du hast recht. 99. Luftballons. Vitamine. Ich seh'n Schiff am Horizont. Echt? Also, ein Lied hat sie auch gemacht. Ach so. Ja, ich... Mache jetzt Ende, weil ich nicht mehr will. Weil ich das Lied nicht kenne. Jetzt bist du dran. Ich kling mich ja aus. Bist du dran? Ja. Oh, dann trink ich mal eben einen Schluck hier. Eine Kreischerei mit Rapid, ey. Das ist mal mich. Äh. Alles fertig. Glaubst aber nicht, dass ich hier lange dran bin, oder? Hallo, du schaffst das jetzt. Im First? Ja. Okay. Ich hab nichts gesagt. Das tut mir leid. Oh, Mann. Das ist... Wenn man so ein Scheiß-Level, ne? Ja, echt. Zugucken darf. Und dann auch immer spielen soll. Ja. Das ist voll überfordernd. Ja, ist voll kacke. Da muss man auch keine Wörter erfinden. Damit das dann beständlicher wird. Genau, ist voll do. Das ist voll Grundschule, Alter. Alter. Lann. Ach, ja. Der kennt das ja schon auswendig. Der war ja hier schon fünfmal. Was ist das denn hier? Ja. Hallo? Weggebauzt hat er dann. Weggebauzt hat man dich. Was? Ich weiß nicht, was ich hier tue. Auf die Biene springen, Werneri. Ja. Hol erst das Fass. Der Rapid hat immer so wunderbare Ideen. Ja, du hast überlegt, erst ins Bonusfass zu gehen. Gibst du. Nein. Ich wollte den Rapid nicht mitnehmen. Schipas. 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 Du hast den Strand vergessen. Ich hab alles vergessen. Du hast die Sterne sammeln, ne? Ach so. Warte mal. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh ja, jetzt einmal scharf nach links. Da ist doch einer. Oh, jetzt rechts oben. Ja. Ja. Oh. Ah. Was ist denn? Ich muss doch nur A drücken. Was schreit? Das ist denn doch, Alter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja. Wunderbar. Ah, sehr schön. Simon Zanzerich. Simon Zanzerich. So. Jetzt wird es aber hier raus. Ich freue mich auf 69. Ah. Sammle 69 Sterne. Oh. It's to me. Mario. It's to me. Wo wäre denn hin? Ach so. Into space. Into that space. Auf zu der Eisek. Oh, 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 oh. Jetzt wird es überfordernd. Das ist so trap. Elegant. Warte, warte. Ui. So hoch bist du jetzt irgendwie auch nicht, ne? Naja, der Knopf ist kaputt gegangen. Ja. Wie immer. Ah, die Grünsuppe da ist aber echt verführerisch. Ja. Von überall Rickens Kremlins. It's raining Kremlins. Halleluja. Shit. Da musst du drauf. Mhm. Einfach weiter. Nein, nein, warte, warte, warte. Ja. Nein. Oh, du blöde Sau. Mann. Voll mit der Appischen Six Packs. Ja, der Rappete darf jetzt das letzte Läbe machen. Nein, das ist voll. Aber das Läbe ist ganz schön nervig. Ja. Und ich habe keine Übung hier. Das ist voll assi. Ja. Meinst du ich? Ja. Das geht nix. Du bist ja schon 3000 Mal hier gestorben. Mindestens. Erst mal Speichermünzen holen. Die sind wichtig. Oh mein Gott. Streck das hin. Irgendwann. Irgendwie. Irgendwo. Da kommt er noch so drüber. Da auch. Echt? Oh. Nein. Was? Was war das? Was machst du denn? Was war das? Ich dachte, der bleibt stehen. Auf einmal macht er noch einen Sprung in den Tod. Das war ja eine richtige Misere. Das war ja eine richtige Misere. Verstehe ich nicht. Er hat keinen Bock mehr. Nein. Ich dachte, das wäre mehr. Bild in die Geschichte hier rein. Halt's drauf. Letztes Leben. Nein. Ich dachte. Ja. Ist okay. Ist okay. Ich wollte nicht den Rapid machen. Ist klar. Wie er einfach so aus der Luft wieder hochbackt. Kein Wunder, dass das Spiel den ganzen Tag kaputt geht. Ja. Ich kann den Double Jump. Wo war er denn jetzt? Ich spring dir eh wieder auf den Kopf gleich. Nö. Ja. Ich kann den Double Jump. Ich kann alles hier. Ja. Luftsprung, ne? Ja. Cheater. Ja. Das war jetzt wieder episch, ey. Genau wie mit dem Fisch, ey. Das war geil. Und scheiß, wer sich das um 3, 4 Uhr nachts anguckt, der wird erstmal... Huch. Ragen. Jetzt bist du tot. Da kommen ganz viele Gremlings. Nein. Und da kommt noch einer. Und noch drei. Ja, die spawnen bestimmt wieder hier, ne. 17. 69. FK. Äh, KK. Kagi. Fuck. Was? Nichts. Bitte. Ach, jetzt wird's kritisch, ja. Bop, 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 bop. Fass trifft Schlange, kritisch. Ha! Der hat Angst, der will nicht. Ja, da war ich ne Luftschlange. Das war wohl ne Luftnummer, das dann. Game over. Was green zeigen. Der Heady und der Rapids sind voll scheiße. Und da versaubern wir in ne Zelle. Ah. Was? Ne Ratte ist auf dem Bild, die spielt nie mit. Ne Ratte? Ja, da unten links, an meinem Fuß. Ja, weiß ich nicht. Okay, interessant. Tadadadad. War dann das Spiel, Leute. Game over, habt ihr jetzt gesehen. Ja, wir waren richtig gut. Sollen wir uns da mal anpassen? Was sollen wir uns da anpassen? Game over mäßig. Ein Cut machen. Eskalt weiter. Ein Cut? Wie du Bock hast. Eskalt weiter oder Cut, sag an. Sag du. Ne, ich hab dir erst gesagt. Ja, machen wir weiter nochmal, oder? Aber jetzt hat er auf Englisch. Komm, Kollege. Was? Ja, das ist halt auf Englisch ein bisschen. Ja, wir können das. Rettelbettel. Haben wir danach gespeichert oder ist das das? Das ist das. Mann, wenn wir zwei wären. Oh, da ist er eben daneben gesprungen. Da braucht man einen Kong. Mann, das gibt's doch ein... Ah, da wird man zur Schlange und dann könnte man da drüber springen. Sag ich jetzt mal. Da kommt's jetzt nicht mehr. Da müssen wir schon zu zweit rein. Wie cool, dass wir hier nur vier Leben haben, ne? Ach ja, stimmt. Ja, egal. Dann machen wir diesen Versuch noch und dann machen wir einen Cut. Versuch, wir spielen das jetzt durch. Ja, sicher, mein ich doch. Sag, ah! Selbstverständlich. Ich meine, wie ich hier nicht mitspielen kann, ey. Ich steck jetzt den Controller hin, mach jetzt die Arme hinter den Kopf, ne? Und dann guck ich eiskalt zu. Ich mach jetzt einen auf Zuschauer. Und da hat er mich. Der ist schon wieder ein Luftsprung. Ist ja nicht normal. Ja, wer kann, der kann. Aus dem Weg, aus dem Weg. Jetzt kommt die Hedi-Solo-Nummer. Das muss ich erst mal gucken hier. Das mach ich jetzt im First-Drei. Ah! Bleib mir vorne, Bob. Ah, du, auch doch. Aufpassen. Äh. Schaff ich das? Ich will's gar nicht probieren. Ah! Jetzt würde ich ein Let's Play gucken, ah! Ach, du Sack, ey! Was denn? Mach ich dich nervös jetzt, oder wie? Nein, ich brauch total eine tatkräftige Unterstützung. Ich bringe dich zum Kichern! Ah! Ops! Ah! Ja, boh! Haben wir gerade eventuell einen Bonus fast übersehen? Keine Ahnung. Wir haben eins am Anfang und keine Ahnung. Ja, ach ja, ist ja dann egal. Ich hoffe mal, hier kommt gleich nochmal so ein Donkey Kong-Fass. Ah, 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 das ist nämlich auch. Das meintest du zwar, aber da ist es. Ja, ich meine... So, du meintest, es ist wirklich ein Donkey Kong-Fass, stimmt. Beides, beides. Nee, he, 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 he. Na, egal. Sag mal, du willst den Luftsprung aber echt oft probieren, kann das sein? Ja, ja, das sind Trainingsmaßnahmen hier. Ja, du musst immer die Verwandlungsschlangen-Level machen dann, weil ich komme ja nicht dazu. Oh, oh, oh! Wow, wieder mit A und Krach hier, ey. Aus dem Weg. Mein Gott! Jetzt darf ich hier wieder mit meinen noobigen Skills anstart. Ei, 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 ei. Immer das... Immer das schwerere Teil. Komplett ungelernt. Ei, 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 ei. Der Rapist sagt einmal die Wahrheit hier. So, jetzt bin ich aber... Ja! Was denn? Nichts, ja. Ist noch nichts passiert. Noch nix. Nein. Noch nix. Noch geht alles. Aber da ist ja Bonusfass drin. Okay, dann nicht das Bonusfass? Ich bin gerade so schön im Treiben. Ja, wenn der Rapid im Treiben ist, dann lassen wir das. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das funktioniert. Ah, verdammt. Auf eine Kanonenkugel zu springen. Ja. Bei der Rapid funktioniert alles. Ich dachte, da ist mehr drin. Du bist gleich im Meer drin, ey. Oh, ja, komm. Das ist kacke, was? Da ist der Rapid nicht drauf vorbereitet. Nope. Ja! Surprise, surprise. Da warnt er mich nicht vor, dass da noch einer aus dem Himmel geküssen kommt. Was? Weiß ich nicht. Er lacht nur. Okay. Hätte ich auch gemacht. Kein Thema. Ich weiß. Der Hedy, der Rapid, der fiese Typ hier. Ja, da wollte er auch einmal die Wahrheit sagen. Na. Nie. Ich sag nie die Wahrheit. Nee, Mann. Das ist nur ein Fass. Das macht nix. Das ist nur... Hat der gerade ein langsames Fass geschossen? Ja, das hat mich jetzt voll irritiert, ey. Hat man gehört? Ja, weil ich dachte, da könnte ich noch auf so einem schnellen Ausweich und dann macht er so ein langsames Blödkopf. Ah! Da hat der Hedy einen Staubsauger ja letztes Played. Ja, genau. Den Airman. Hui. Ah! Oh ja, das war elegant. Ja, nö, so. Ist nix passiert. Hat keiner gesehen. Warum schießt er die denn hier über den Bowen, ey? Was ist das denn? 50.000 Zuschauer. So, aus dem Weg. Ach, du Eier, ey. Ah, Mann. Du bist da doch auch so hochgekommen. Was? Ich bin gar nicht so weit gekommen. Ah, doch, scheiße. Doch, doch. Hier bist du noch gestrandet, sag ich mal. Ah, da sind ja auch zwölf Gremlins auf mich draufgesprungen, weil sie mich vergewaltigen wollten. Oh! Du hast noch einen Versuch. Noch zwei haben wir. Ja, ich hab noch einen, ja. Dass die ohne Beine so geil springen können, ey. So ein Sprungfeder, ey. Keine Ahnung. So. Ja, das könnte sein. Die sind gar nicht verkrüppelt. Die haben einfach Sprungfeder nach unten drin, ja. Ach, ja, komm. Wer lacht da? Nein. Was? Motivierende Skill-Geräusche, ey. Drauf geschissen, ob wir das Level schaffen. Wir wollen uns nur auslachen, so. Ja, das ist der einzige Grund, weswegen wir Let's Plays machen. Ja. Nicht schon wieder. Geh mal schaffen. Wo bin ich? Ja. Da ist er weg. Wie verfinst du dich? Halbe Stunde unsichtbar, ey. Ja. Ey, komm. Man hat mich erst wieder gesehen, als ich auch runterfallen war. Oder? Gib's zu. Ja, da, wo es wichtig war. Ja. Als ich getroffen wurde, war ich erst mal eine halbe Stunde nicht sichtbar, ey. Ja, mindestens, ey. Mindestens. Ganz folge. Nur für meine Unsichtbarkeit, ey. Echtbar. Was? Ich fasse es einfach nicht. Was? Wir werden so unachtsam, ey. Nein. Wir werden doch mal zu Schwengelkong Gameshow spielen gehen, eigentlich, ne? Hätten. Ja, zu Schwengelkong? War der schon? Der war doch bestimmt schon, oder? Nee. Echt nicht? Scheiße. Doch nicht, sonst hätte ich da schon gesagt, dass ich schwengeln will. So. Pass auf, da. Nein, ey. Ich fasse es echt nicht. Diese ganze Scheiße, die müssen wir doch mal irgendwann schaffen. Das ist dein letzter Versuch. Ey, ich gebe gleich. So. So, da kam die Kanone, ne? Ja! Geh zurück. Mit dem Arsch, ey. Nicht im Arsch. Mit dem Arsch. Die Sau. Es ist immer. Spring! Da kommt die Kanonkugel, ne? Ja, ja. Pass auf, du musst geskillt springen. Ich gebe dir gleich geskillt. Ja, ich sehe das schon. Oh, ich war drei Stunden unsichtbar. Spack. Mindestens. So. Ja, das ist eine fiese Stelle. Pass auf. Ja, ja. Ich überlege, dass er da vorbeispringen kann. Ja, nee, dann trifft er dich da. Weiter, 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 weiter. Mach mich doch nicht nervös. Das hätte geklappt. Wow. Ja, machst du selber. Geh schnell hoch. Hoch, hoch, hoch. Da regnet es doch noch ein. Ach, okay, doch nicht. Geh schnell weiter, weiter. Was kommt da? Oh, da. Das musst du teilen. Ich glaube, du musst mit dem Supersprung da landen, wo die zwei Bananen sind. Deswegen gerade hoch und dann da, wo die Bananen sind. Da muss er aufs Fass. Ja. Oh, das funktioniert echt nicht. Scheiße. Ja, irgendwie so. Ich wollte gucken, ob die Entfernung von Fass zu Fass passt. Ja, mit der letzte Lebe. Das ist der Rap. Wenn schon, denn schon hier. Ja, okay, ich denke mal, dann machen wir jetzt mal einen Cut, ne? Und fürs nächste Mal holen wir uns dann noch ein paar Leben und dann geht's weiter. Mal dran denken, der Heddy, der kann nix. Nein, Quatsch. Ja, genau. Dein besten Schlusswort hier von der Rapid, ey. Wie immer halt, ne? Diggis Conquest heißt das Spiel. So, du hast eine Nebenrolle. Nein, Quatsch. Hallo, ich bin nur auf den Schatz aus. Siehst du da? Stimmt. Und ich auf... Auf die... Ja, du guckst da gegen die Truhe. Bist du doof? Ich schiehl über die Truhe, wie dich der kleine Typ da hinten am Abstechen ist gleich. Ja, 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 ja. Sagt alles über die Beziehung. Und der Muskelmann, der guckt auf deinen Arsch. Und der andere guckt auf meinen Arsch. Ja, ich lass dich jetzt mal mit dem Muskelmann da alleine und verabschiede mich schon mal von euch, meine Freunde. Bis zum nächsten Part. Ciao.